Heute wieder eine Einsendung von euch. Keine Ahnung wie und unter welchen Umständen diese Idee entstanden ist, aber ist ja auch egal. Zwei Wassereis unten aufgeschnitten, drei CL Wodka, jeweils zwei CL Limettensaft, Pfirsichlikör, Blue Grasau-Likör und Glendin. Der Rest wird mit Cola aufgefüllt und schon habt ihr den Drink. Cheers!